Ich bin richtig übertrieben sauer. Ich komme ausrastisch. Was ist los mit dir mal du und deine Fremde, Alter? Achhi, warum sitzt du nicht einfach auf Couch? Weil es zu weit ist, Alter. Ich bin übertrieben sauer. Ich komme mit Taxi hierher, ja? Jani, er sagt zu mir 28 Euro. Ich sag zu ihm, Bruder, hör mir zu, passiert doch manchmal. Du gehst ins Restaurant, du vergisst dein Geld, oder? Brauchst du Jani Geld gerade? Was fällst du mir denn in das Wort, Alter? Wegen dir hab ich jetzt Faden verloren. Das war ein Faden, Jani. Er holt einen Faden verloren. Ich sag zu ihm, Bruder, ich hab meinen Partner nicht vergessen. Darf ich bei dir Teller waschen? Teller waschen im Taxi. Ja, Teller waschen im Taxi. Da gibt's doch keine Teller. Felgen sehen doch aus wie Teller, Alter. Felgen? Felgen, ja. Aber es sind keine Teller. Dann hör mir mal ganz kurz zu. Aber du hast ihn gefragt, Jani? Ja, ich hab ihn gefragt. Was hat er gesagt? Nein. Warum? Weil er keine Teller hat, Alter. Wie soll ich denn da Teller waschen bei ihm? Du hast doch gerade gesagt, du willst Teller waschen. Soll ich die Felgen waschen, oder was? Was redest du da? Was redest ihr denn, Alter? Achhi, warum sitzt du überhaupt auf dem Stuhl, Alter? Weil ich hart geworden bin, Alter. Ich hab dir heute zum Fitness angestellt. Du bist hart geworden? Ja, Mann. Seit wann trainierst du denn? Anderthalb Tage jetzt. Ich bin doch jeden Tag 3 Kilo kreativ, Alter. Kreativ? Mhm. Kreativ meinst du? Ja, kreativ. Kreatin. Kreativ heißt das, man hat keine Ahnung. Ich hab mich jetzt bei McFittner angemeldet, ja. McFittner? Ja, McFittner, Mann. McFittner. Ja, da sparen sich die Meinungen. Der eine sagt, trainier so, der andere... Das heißt McFitt. Ja, McFittner, Mann. Du hast nur eine Ahnung. McFitt heißt das. Was wollt ihr denn alle von mir? Habe auf damit, Wanda. Was denn, Alter? Jedes Mal ein Quatschstück ist nicht scheiße, Alter. Warte ganz kurz. Was für eine Scheiße was? Was denn? Was denn? Jedes Mal. Was denn? Nenn mir ein Beispiel. Was hab ich gesagt? Farbe können reden. Na, hast du nicht da gewesen? Als Farben geredet haben? Ja, die haben doch Farbtöne. Da kommt Blau. Blau sagt Blau. Da kommt Grün. Grün sagt Grün. Dann kommt Gelb. Gelb sagt Gelb. Und dann kommt Rosa sagt Rosa. Was redest du? Was redest du? Ari, geh mal bitte. Bitte geh mal. Bisschen mir leid. Was machst du da? Was soll das? Was machst du da, Alter? Ich mach Teletubby bei euch. Teletubby? Ja klar, Teletubby. Was ist das? Lack hier, ich will denken, dass du denkst, wenn er denkt, was er denkt, dass ich denke, was du denkst. Was? Meinst du Telepartie? Was hat ein Teleparty damit zu tun? Was für Partys denn, Alter? Was für Party? Das heißt Teleparty. Hier ist noch Partys? Das heißt Teletubby. Du hast keine Ahnung. Warum Teletubby? Hast du dir schon mal ein Teletubby angeguckt? Ja. Habt ihr euch schon mal ein Teletubby angeguckt? Die haben doch sowas wie Antennen hier oben. Das ist damit du denkst, was er denkt, damit er denkt, was ich denke, damit du weißt, was ich denke. Das ist Telepartie. Ari, das ist Telepartie. Das ist Telepartie. Geh mal einfach. Bitte lasst uns einfach in Ruhe und geh einfach. Wirklich, Alter. Keine Ahnung. Ey, eine Frage. Warum reißt du mir jedes Mal das Wasser rüber? Aber wirklich? Jedes Mal reißt du mir das Wasser rüber? Die ganze Zeit, du reißt ihm das Wasser. Was? Warum reißt du die ganze Zeit das Wasser rüber? Wollt ihr das wissen? Wollt ihr das wissen? Ja, natürlich will ich das wissen. Warum? Warum? Was ist mit dem los? Das macht er. Und ganz ehrlich, Paratune ist eigentlich Autotune, Alter. Ihr habt keine Ahnung, Alter. Was ist Paratune, Alter? Wollt ihr das? Wollt ihr das?